Ja, das war's eigentlich. Ja, noch 5 Stück. Gitarre noch, genau so jetzt mal. Ähm, Keino ist, äh, die größte Herausforderung. Bleib liegen. Zeig er noch. Ich bin ein Triebwerk und täglich Mittagsschäfchen. Nee, Energie geklaut. Hab ich das denn getroffen? Oh, Gangster mit einem schwulen Messer. So, Keino auch ausgeschaltet. Ich würde ja liebend gern zusehen, wie ihr euch umbringt, aber es gibt Wichtigeres zu tun. Richtig. Sonja hier. Ja, hier, Jakes. Ich bin in der Basis. Schlechte Nachrichten. Sie waren in der Basis. Da war ein Kerl mit einem Exo-Anzug. Dann haben sie unser Portal benutzt. Ich glaube, sie wollen zur Outworld. Dann müssen wir auch dorthin. Wir alle wissen, worum es geht. Wenn wir versagen, überlebt keiner von uns. Dann auf zur Outworld. Ich weiß nicht, man kann die Portale aufmachen, ob ich mir so passt. Ich glaube, wir nähern uns am Ende. Was ist passiert? Was ist passiert? Das ist Outworld. Es ist schlimmer geworden. So wird es allen Reichen ergehen, wenn wir Dark Khan nicht aufhalten. Da drüben! Da kam's Krieger! Ihr Anführer kommt. Ich werde mit ihm sprechen. Aber seid bereit zu kämpfen. Ich bin Superman. Wir müssen wissen, was ihr vorhabt. Ich bin Raiden, Gott des Donners. Mich begleiten die mächtigsten Krieger aller Reiche. Wir fordern euch heraus. Zum Mortal Kombat. Ihr werdet unterliebt. Da wäre ich nicht so sicher, Raiden. Wenn ihr kämpfen wollt, meine Freunde und ich nehmen die Herausforderung an. Was ist los? Ich fühle etwas. Etwas riesiges. Es kommt näher! Darby Khan! Oh shit. Ihr wollt mich vernichten. Gut. Ihr wollt mich vernichten. Gut. Ich habe jetzt eine Raiden nicht gesehen. Ich habe jetzt eine Raiden nicht gesehen. Ich habe jetzt eine Raiden nicht gesehen. dass Kahn die Seite gewonnen hat. Die wenigen umbilden Kameraden versuchten, sich von dem Blutrausch zu befreien. Da Kahn will zu der Festung dort. Wir sollten ihm folgen. Das klingt offensichtlich. Aber da der Vorschlag von dir kommt, Cheng Tsung, muss ich befürchten, dass du uns in eine Falle lockst. Ihr habt Grund an mir zu zweifeln. Lang habe ich gegen euch gekämpft. Aber diesmal schwöre ich, kämpfe ich für euch. Nein, du bist im Bund mit Dark Khan. Du hast uns ins Verderben geführt. Derben sollen, dann stirb auch du, du Ex-Meister. Oh mein Gott. Raiden, ey. Und Mr. Blitz. Nein! Alter, gib mir den Sack. Nein! 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 So treten kann er mal noch nicht. Arschloch. Oh nein, warum hat er verliert? Jetzt werde ich mir nix zur Ruhe aufheben, mir egal. Oh, die zweite ist krass. Hey! Ja, komm, block doch gleich alles. Oh nein, nicht der Sack. Nee, ich schieße daneben, ist klar. Ja, komm. Der Block sah's wirklich schon wieder. Alter! So, jetzt aber. Das ist echt so wichtig. Jawoll, immer Mut aktiviert. Und so kann ich noch einschlagen. Jawoll! Jawoll, immer Mut aktiviert. Und so kann ich noch einschlagen. Jawoll! Brichst deinen Schwur und verrät mich! Jetzt geht er völlig durch. Jetzt geht er völlig durch. Jch! Ja! Ja doch, das war ja schon so! Boin! F- Oah! Ah! Zahler und Kena und ich verweiß! Ja kurzen Weg! Verdammt! Er sagt hier wie jetzt! Sicher ich die Gang zuhören wollte. Der zweite Beide muss ich nicht mehr! Ah, du Kain, du kleine Tunte, was bist du? Schwer, Akitana, die bin ich auf den Sack. Ah, hau noch ab und geh zum Zirkus, du kleine Maulhelden-Tunte. So, was ist denn los? Abfresser. Raiden! Nein! Fatality? Was habe ich getan? Ihr habt wertvolle Zeit verschwendet. Wir müssen Darkharm vernichten. Auf zu seiner Festung! Du hast recht. Aber den Kampf muss ich allein bestehen. Schließlich war mein Blitzstoß der Ursprung von Darkharm. Seid kein Narr. Ihr habt Quan Chi gehört. Wir müssen gemeinsam kämpfen. Nein, die Wut wird uns nur gegeneinander aufbringen. Ich kämpfe allein. Und das Final beginnt. Darkharm. Es ist Zeit, meinen Fehler wieder gut zu machen. Du, du wirst mich nicht aufhalten. Doch, nochmal ging's Warman. Superman. Raiden. Deine restlichen Truppen wurden geschlagen. So wie deine. Niemand hat gesiegt. Dann hängt jetzt alles von uns ab. Das freut mich. Das wird lustig. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Blatt. Besser. Der. Super разм 빵. Arm estreñ. uscheweled 2. Luftwaffe. Deding. Was das? Was weg Зап bus würde? Kannst du von den Lappen? Auf, hast du Scheibe? Ich will einen Neusten, dass du mir boilerusschern gescht hast. Ich soll springen. Das war kein Kühlschlag, aber hat gereicht. Und... 1-1. Jetzt bin ich halt im Nachteil. Runde 3. Ja, machst du einen auf Sachs zu oder was? Ja, warum genau? Ja, warum genau? Natürlich! Vielleicht ist es noch gewinnen. Toll! Super! Oh, Mann! Oh, Gott, das ist ein hartes Stück, aber ich hasse... Ich glaube, das ist ein schlimmster Charakter in allen. Also, was heißt das Schlimmste? Ich kann mich überhaupt nicht umgehen, am wenigsten. Es muss nicht nur aus Ausreden, es ist so. Das freut mich. So, wir haben eine zweite Runde gegen Superman. Das habe ich ganz gut getroffen. Roll. Oh, Mann. Ist das super, Mann! Oh, ob ich die 2-0-Modeln auch noch schaffe? Ah! So ganz bestimmt nicht. Ja, so. Oh, fuck. Jawoll. Dann sind wir echt da an die Sache. Ich stirb, super-wunden-boy. Ja, siehst du noch. Geht doch. Bastard! Scheiße, Superman. Unglaublich. Solche Wildheit, so viel Hass, Sorgen, dieser Kumpel unbeschleunigt die Verschmelzung. Nein, Dark Khan. Du wirst die Erde nicht zerstören. Du wirst die Erde nicht zerstören.